Kennt ihr das? Wenn ein Mitschüler von euch grundlos vom Lehrer für Sachen bestraft wird, die eigentlich eine ganz andere Person gemacht hat. Zum Beispiel, zwei Personen in eurer Klasse unterhalten sich miteinander, ihr sitzt direkt neben diesen Personen, aber seid still und hört dann nur ein lautes. Marcel, wenn du nicht gleich aufhörst zu reden, kriegst du nachsitzen. Aber ich hab doch nur ge... Schnauze! Ich hab das jedenfalls nie verstanden. Wenn euch meine Videos gefallen, dann folgt mir doch auch gerne auf Instagram oder schaut mal im Discord. Danke.